Willkommen zurück bei South Park. Okay, wir gehen mit Colgan in Steam Mobile rein. Willkommen bei E-Mobile, kann ich dir helfen? Krebsmenschen, Krebsmenschen, sehen aus wie Krebses für Handy-Legge wie Menschen. Äh, ja, ich hab ziemliche Probleme mit meiner Internetverbindung. Namen und die Mobile-Nummer bitte! Namen und die Mobile-Nummer bitte! Moment mal, letzte Woche waren doch andere Leute hier. Genau, wir sind Krebs-Menschen. Wir sind krasse Menschen, die hier gern arbeiten. Ich hab einen Vertrag mit bis zu 5 GB Datenvolumen im Monat für dich. Nein, ich will nur, dass mein Handy funktioniert. Du brecher Mensch! Wachst es, unseren Tarif zu schwehen? Ich wusste es! Die Telefongesellschaft wurde von Krabbenmenschen übernommen! Wir haben uns getarnt! Colgan, rett uns! Komm, Wunderarsch! Denen reißen wir die Asche auf! Die mussten ja auftauchen. Och nein, zweiter noch. Krebs-Menschen! Zwinge uns nicht, den Chef zu rufen! Ob Freedom Pearl oder Coon Friend, ich find dich cool! Ja, danke. Äh, machen wir erst mal dat hier. Boah, mit, äh... Mit dir weiß ich gar nicht, was abgeht. Äh... Was ist das? Hälst Block oder zürnst den Feind? Ne, das mag ich nicht. Mag ich nicht. Verprügel einen Gegner und füge ihm eine Verlangsamung zu. Äh, das könnte man... Kacke! Der Krabbenmarasch, der Letzte. Ne, warte mal. Sieht böse aus für die böse Wichte. Ja, jetzt machen wir nämlich erst den Kumpel erstmal ein bisschen platt. Das habt ihr davon! Der Chefland! Nein! Oh. Ha, 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 ha! Gepläu auf die Bache. Oh, kacke. Oh, kacke. Alter. Spezialziel. Besiege den Krebskönig. Ne, wie soll ich das machen? Komm hier gar nicht dran. Muss ich das hier machen? Ich hab keine Ahnung, was das bringt. Jetzt hab ich jetzt Block. Was? Mobilität ist eine meiner Super... Sie konnten brauchen Hilfe! Ich muss unbedingt den König. Platten machen, der Halti nämlich. Scheiße, den Oberkrebs aus! Mach ich. Gut gemacht, aber wir müssen noch den Krebskönig erwischen. Ja, doch. Hab ich da auch getroffen. Nicht gesehen? Kacke, jetzt muss ich das... Ne, jetzt kann die ja nichts mehr. Oh, was ist denn das hier? Verursacht bei Gegnern Schaden. Und eine Verteidigungsverringerung. Ja. Lass mich! Aua, aua! Der schnüffelt am Jungen. Krebskönig. Voll geil. Und tschüss, Krebskönig. Jetzt mal Umfall. Ach, die arbeiten auch im Mitspraner. Haha, aufs Maul, ihr fucking Krebsmenschen. Subtermale Mutation. Charakterbogen von Callgirl, jawoll! Stufenaufstieg. Ja, kleiner Platz. Wuhu! Ach, was es hier alle gibt. Krebsliebhaber. Ach, jetzt muss ich auch noch Krebsmenschen killen. 15 Stück. Oh, danke, Callgirl. Es war echt seltsam. Sie rochen wie Krebse und küssen wie Menschen. Eeeh. Sorg dafür, dass mein Handy wieder läuft. Ja, ja klar, Callgirl. Du hast den Handyladen gerettet. Wieder einmal. Danke, aber ich habe das Gefühl, das ist noch nicht ausgestanden. Wenn es nach Krabben lieft, ruf mich an. Was sind die denn alle bei sich? Sagt man, kann man die jetzt auch looten? So, ich will mal Selfies machen mit euch hier ducken. Gut, packen wir es an, Kunde. Wuhu! Eddie. Wunderbar. Spammen die mich mit ihrer Werbung voll, war ja so klar. Von D-Mobile mit einem Selfie. Wuhu! War das nicht drei? Ach, da steht nochmal. Mit meinem unbegrenzten Datenvolumen folge ich dir auf Kunstagram. Oh, liebend gerne, sobald du dich für einen Tarif entschieden hast. Du kannst mich! Jetzt haben wir jetzt noch auf. Es ist eine neue Lieferung gekommen, schau mal! Scheiße, werfer! Kaputtes Handy. Nice. D-Mobile-Angebot, alter! Was ist so, einem D-Mobile-Meter weiter in den Targo deteilt? Ich würde dieses Angebot jetzt mit 10% mehr. Hafer-Arsch. Toll. Das kostet 30 Dollar. Ich nehme erstmal die Liefer. Nee, also für 30 Dollar, das kaufe ich noch nicht. Ich halte einen Follower weniger. Sie ist jetzt da oben noch. Ruf mir erst eine SMS, die ich nicht entziffern konnte. Interessant. So. Ich würde sagen... Ich muss mal die Web aufmachen. 508 haben wir jetzt. Hinten bei Starks Teich gibt es auch noch hier dieses... Im Wald dieses Bild, was ich nicht machen konnte. Da könnte ich auch noch mal hin schnell. Quest fertig machen. Gehen wir mal hier zum Schnellreise-Ding. Jetzt spammen die mich echt gewerbaut voll. Wie in echt. Scheiß D-Mobile. Wo war denn das jetzt? War das weiter unten oder weiter oben? Ich gehe mal von unten ran. Bis denne. Bis denne. Irgendwo war da hier auch diese Scheiß-Katz, die ich nicht finde. Das geht mir auch so auf den Sack, dass ich die Katze nicht mehr wiederfinde. Die dritte von BKL. Ah, hier ist das blöde Bild. Das habe ich gesucht. Nee, ich hänge. Da. Sehr schön. Da oben auch hier. Habt ihr gesehen? Das ist Mexikan. Haben sie. Motequilla. Haben sie hier. Amerikanische Grenzsicherung gespielt. Oh. A Cripsman. Zu verlieren konnte. Bis am schlechten Anfangsradivität. Wie sind es denn? Fünf? Ach, sie fertig, Saftsack. Mh. Könnte ich auch hier hinten stehen bleiben eigentlich? Oh ja, der eine fällt gleich um. Die können ja gar nichts. Ach, nimm das, Bitch. Wie viel schmecken? Wie Menschen töten? Ja, ja. Oh, so. Platz für den Kuhn. Das habe ich kommen sehen. Nächstes Rott. Wir entspäule dich unseren Vertragsbedingungen. Uncool. Aber. Was macht der denn da? Spielt der sich selbst sprengen? Soll er das machen. Also los. Ach, nö. Ich vergesse mal Super Craig. Ah, herrlich. Und dann. Brauchen wir den mal um? Das läuft genau wie geplant. Du bist das Krebsgeschwür. Ich bin der Kuhn. Ja. Erzähl einfach, du hast dich beim Manscaping geschnitten. Aua. Cartman blutet. Ach, warte mal. Ich kann ja noch vorziehen. Dein Zug gehört jetzt Kuhn & Friends. Human Kite, start bereit! Hallen brauche ich nicht mehr. Gegen den Armboden. Ein Kampf ganz nach meinem Geschmack. Haha. Okay. Das sind dann schon mal sieben von fünfzehn. Oh, die verfickte Katze. Korn-Kitty-Kitty. Ich denke immer da hinterm Baum. Aber ist keine. Ich habe echt keine Ahnung, wo das Mistvieh ist. War das der Ast hier? Ah, warte mal. Ja. Ich komme wieder hoch. Mal. Ich habe es gefunden. Oh. Gut versteckt, das Mistvieh. Big Game Bono. Herrlich. Ja, wie soll man das auch sehen, wenn der Ast da so blöd runterhängt? Und wo ist denn Big Gail's Haus? Uh, ganz da drüben. Ja, da muss ich mal schnell reisen. Kann ich Bill, 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 Bill von Nutzung? Oh, warte mal. Können ja erst mal die Polizeistation vorbeigehen. Wir haben ja das Bild jetzt auch gemacht. Dann gehen wir erst zur Polizeistation. Beug dich vor der Macht von dem Mobile-Unwürdiger. Du bist nicht ein Eis für meine Arzt-Titel. Ja, komm, kriegst einer. Verkäuferkrebse, frische Kunden. Auf sie, Wunderharsch. Zack. Noch ein Feind fällt durch die Macht von Kuhn & Friends. Darf ich dir ein Gratis-Zwecken anbieten, Kunde? Ich hab'n gutes Gefühl bei der Sache. Ich kenn' den da oben. Darf ich den? Ja, der fällt sogar gleich unten. Verblutet, welch ein Abgang. Halb Drachen, halb Mensch, ganz Held! Äh, ja. Ist okay. Kannst da stehen bleiben. Ich weiß nicht, wen die als nächstes angreifen. Ich schütze einfach mal ihn hier. Hier, Kumpel! Vielen Dank! Die Oberwelt gehört dem Mobile! Wenn du dich mit dem Kuhn anlegst, dann auch mit seinen Freunden. Ja, ja, wenn wir dazu kommen. Ich bin dran. Jawoll. Darf Craig auch was machen? Ich hab' genug vor dem Kack. Das hast du verdient. Langweilig. Ja. Oh. Alter, ich glaub', du hast ne Arterie erwischt. Das hoff' ich doch. Gut. Ich bin dran. Okay. Mist! Scheiß. Oh ja. Zieh' ich ihn halt mal weg. Ich erkläre die Beschwerde für erledigt! Bravo! Gute Arbeit! Et cetera, et cetera. Bye-bye. Gut. Wie viel haben wir denn jetzt? Zwölf. Das geht ja schon mal. In den Friedhof müssen wir da auch irgendwann mal drauf kommen, oder? Die Tür sieht so... Ich weiß nicht. Vielleicht irgendwo durch einen versteckten Eiger. So, gib mir erst mal das Bild ab. Tut mir leid. Politik. Ja, mach auf. Tut mir leid. Politik. Das Erste war nichts. Wieso macht er jetzt die scheiß Tür nicht mehr auf? Politik? 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 Hallo, mach auf. Was soll denn die Scheiße? Jetzt lässt er mich nicht mehr rein, wo die Quest fertig ist. Arschgesicht. Ähm, ja. Wenn ich es nicht zähne, jetzt von ihm. Vielleicht finde ich ja noch ein paar Krebsmenschen. Diese neuen Freedom Hells klingen wie ein äußerst fähiges Superhelden-Team. Die haben 600. Geh weg. Ich glaube, in die City Hall soll ich erst mal noch nicht. Wo bin ich eigentlich hin? Oh. Oh. What, äh... The fuck ist hier los? Warte, ich geh erst noch mal kurz hier rein. Du bist nicht der erste Promi hier, Verbrechensbekämpfer. Ein Fehler gemacht? Dann bist du hier richtig. Ah, das Kondom muss ich doch hier Dings bringen. Ich hoffe, das hilft. Das ist Deins Opa. Das hat doch nur 20 Cent gekostet. Halt nicht. 20 Cent gekostet. Das ist also auch noch vertretbar. Das sind Parkour-Lehrräume, die Cops da stehen. Aha, der furzende Selbstjustizler. Kannst du mir kurz ein paar Fragen beantworten? Wer bist denn du, Alter? Was steht an beim Selbstjustizler? Ich bin geschmeichelt, aber ein Superheld muss echt besonders sein, um mich zu beeindrucken. Hallo? Was ist das für ein Pisser? Was ging hier eigentlich ab? Ich kann mit denen auch nicht reden. Gab es hier nicht irgendwo ein Postfach mit Schlüssel? Predator-Streifen kostet... Ah, das war hier vom Netz... Netz-Postfach. Davon habe ich den Schlüssel bekommen irgendwoher. Dieser Selbstjustizler ist kein gutes Vorbild für die Jugend. Diese neuen Freedom Pals klingen wie ein äußerst fähiges Superheldenteam. Ja, erstmal nix für die Jugend und dann ist voll das Fähige, ne? Ein Freedom Pals-Anhänger. Bleh. Ob es BKL habe ich noch ein Stück? Aber hier ist zum Glück... ...eine Reise-Ding. Kann ich... ...be-be-behilf... ...be-be-be-be- ...von Nutzen sein? Da hinten. Läuft gut, Wunderarsch! Sehr gut. Bis dennne! Die ist gesperrt. Das sind die 500er. Ja, jetzt nicht. Nein, nur keine Zeit. Hier, BKL, ich habe deine drei Katzen. Was? Wie viel denn noch? Ich habe doch drei. Ach, im Moment steht mir der Sinn so gar nicht nach Selfies. Verdammt! Ich dachte, es wären nur drei gewesen. Na gut, haben wir die wenigstens schon mal abgegeben? Gab es hier eigentlich irgendwas, wo ich nicht hinkam? Das ist so creepy hier in dem Haus. Nee, da kann ich nichts mehr machen. Gut, dann wieder raus hier. Ach, die hocken ja auch hier. Das ist ja nice. Ich würde mal deine Mietzis finden, Schätzchen. Ja, ja. Achso, ihr hockt da rum und sucht dich selber. Ähm. Ich würde sagen, Kuhn und Friends. Ich finde euch schon noch, Mietzis! Gehen wir da runter. Ist es Zeit für Blitzfreak? Genau. Zu Professor Chaos müssen wir. Recht schaffen. Wir sehen uns. Genau. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Professor Chaos. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.